Zeit, schauen wir uns mal kurz um. Was es in diesem Dorf noch gibt. Ich bin für meinen Golem. Eh, Meister, brauchen wir jetzt, Meister, 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 warte, was hast du, was kannst du, was willst du? Nervt mich nicht. So, wir haben keine Kleinigkeiten gesammelt, wir könnten eigentlich, Fernpunkt bin ich noch nicht aus leider. Aber, wir könnten unterhalb von diesem Haus, lass mal anfangen hier kurz eine kleine Basis auszuhören. Das wird dann unser Zuhause für das Erste. Ich bin jetzt ein bisschen abwege von dem, was ich sonst mache. Das ist auch coole. Das ist auch coole, super, super coole. Coole ist mir supergut. Zunächst wird natürlich gleich Eis, weil ich finde nur, das wäre so perfekt. Das wird dann alles zusammen, ich glaube wirklich zusammenpassen. ja. Ja, dass man hier ein bisschen rauskommt, das ist bei mir klar, damit habe ich gerechnet. alles an coole, nein, zusammen, das ist super. Ich sag das sowieso, wie siehst, wie siehst du dir? Also ich bin... Ich habe gerade einen Dater zu tun für alles. Spaß bis heute, nein. Ähm, wenn es so läuft, bin ich vollkommen zufrieden, Mann. Das wird aber ein bisschen, komisch, ein bisschen sehr tief runtergebaut. So, schauen wir mal kurz mal da. Mann. Theoretisch ist es ja wurscht, weil da kommen wir schön rein. Dann machen wir das nämlich so. Dann gehen da nochmal in Kohle. Kann ja jetzt auch zwei runtergehen, das ist ja nicht das Problem jetzt gerade. Dann haben wir zumindest die Tiefe davon, den Tiefenplatz. Dann können wir es besser rühren hier. Ja, man merkt, ich fange es anders an als ProfitePist. Das war mehr mit Blickfeld auf sicheres Wohnen. So, dann sind wir hier zwei unten. Gekommen von... Da... Mal kurz mal schauen, wo ist denn das Dorf jetzt? Das Dorf jetzt hinter mir, oder? Ja, das ist hinter mir, warte mal kurz. Jetzt müssen wir jetzt mal kurz nachdenken. Jetzt müssen wir mal kurz mit Logik arbeiten wieder. Wir haben hier den Weg, der geht hier entlang. Wir müssen hier definitiv zwei runter. Kommen wir hier her. Hier eins runter. Hier noch nachrutschen. Hier nach. Ich habe hier drüber. Die Blumen ab und ich mal. Gar nicht die Blumen ab und ich will. Ich gehe hier wieder rauf. So. Da sollen wir die retuschieren. So, dann heißt das kommt noch weg. Irgendwann müssen wir dann zubauen, das ist klar, man kann definitiv mal die Reihen nach weg, das ist auch klar am Ende, ein Weg geht hier rüber, einer geht hier rauf. So, nachdem wir hier zweispurig gehen, wahrscheinlich nichts, gehen wir mal hier, 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 ich weiß gar nicht, das ist gar nicht interessant, wenn da raufkommt, 1, 2, jawohl, so, dann geht's hier weiter, ich muss aber nur aufpassen, wie ich's baue, weil ich möchte eigentlich, dass das Hauptdorf umranden, weil theoretisch fangen wir dann, boah, die Frage, ob das Hauptdorf umranden, dass sie auslassen, wir uns unterirdischen Weg rüber machen wollen, also wir kommen hier lang, hier lang, hier lang, dann geht's hier nochmal weiter und dann geht der Weg rein, irgendwie. Ja, ja, Kuh, jetzt mal klar, du darfst nicht reden, wie ich gerade, äh, die Kuh, die macht ja muh, dann sind wir hier, hier und hier, dann gehen wir hier mit dem Weg rein, genau, so das. Okay. Okay. Okay, das gefällt mir so gar nicht. Gut. Also das gefällt mir so gar nicht, Gott, Planwechsel, hinterlange. Wieder eine Reihe vor. So geht's nicht. Schaut scheiße aus. Hier können wir's machen, sonst schaut's echt scheiße aus. Sorry, Youtube, das schaut nicht gut aus. Können wir gar nicht. So, und das ist dann normaler Weg hier. Jetzt sind wir dann im Dorfgebiet und normalen Weg. So, unser Weg geht bis hier und danach haben wir einen normalen Weg hier in den Dorf. Passt. Dann können wir das dann abbauen, jetzt ist es eins zu hoch. Jo, das passt mir jetzt ein bisschen schon. Gut, da hätten wir das schon, was ich will, wie ich's will. Das gefällt mir nur nicht, wenn wir da fast ein bisschen zu weit vorne sind. Ich muss dann eigentlich schon hier runterkommen. Was bist du? Kopfer? Ok. 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 Kopfer, Youtube. Was mache ich mit Kopfer? Hilft mir mal bitte, was mache ich mit Kopfer? Ha! Egal was wir mit Kopfer machen, ich weiß es nicht. Ok. Ok. Alles gut. Passt. Oh, da wär's noch was hin, tschau. Ok. 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 why Nächste Frage ist ja dann eigentlich eigentlich schon.. .. was sind wir für den Weg eigentlich? Weil.. chquatsima, chquatsima, komm, wir kommen hier runter dann sind wir hier. Dann müssen wir definitiv hier und da ein bisschen ausholen. Das meinte ich mit, die automatische, was ich mit hand geht hier nicht. Sondern wir sind definitiv hier und dann ge- Da müssen weiter überlegen. Schlafen gehen wieder. Aber es nimmt ein bissel vor, man, glaube ich. Ach, rote Rübe, Kartoffeln, oh mein Gott, da gibt es ja so viel. Hätte man das vielleicht ein bissel vorher noch anschauen sollen, was da jetzt auf mich zukommt. Und ich blink drauf los spielen sollen. War roher Kupfer, okay. Von mir aus. Soll mir recht sein. Soll mir recht sein. So, da hätte ich auch gerne einmal 40 Dankeschön. So, und das dann mal so ordnen, wie ich es immer angeordnet habe. Und das gleiche Grund wird man hier. 40 haben wir jetzt davon. Es ist lustig eigentlich. Äh, fangen wir gleich an, es ist es, es ist hier, fangen wir gar nicht an. So, wir haben einen Weg bauen. Ah, 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 ah. Hinten war doch so. Überrascht. Wir werden jetzt erstmal weiter aushöhlen. Ich fangen mal hier wegen das Paaren. Die haben wir auch wegnehmen müssen, die zwei noch. So, jetzt haben wir da mal ein bisschen aushöhlen weiter. Klassisch mal ein bisschen mehr Platz machen, dann gibt es nach. Wir werden hier dann nicht umsonst eigentlich auch ein Lager reinbringen und sowas dann. Dann gibt es den zweiten Eingang natürlich auch nach hinten raus ein. So, dann haben wir das hier. Ich frage euch noch, wie weit kommen wir eigentlich nach hinten. Und, theoretisch nicht mehr weit. Hätte ich gerne nach hinten ausgenommen gehabt. Den Bären, naja, können wir eigentlich mal durchbrechen, ist ja wurscht. Gehen wir mal einfach durch. Schauen wir mal, wo der Durchbruch ist. Ich schätze mal jetzt wieder gleich kommen. Da ist er. Der Durchbruch ist hier. Da kann aber nur ein Sprich rausgehen. Nämlich, ab hier. Jetzt mal nicht, hätte ich gesagt. Das heißt, der bleibt. boah, der hat jetzt gerade auf jeden Fall mal weg. Dann werden wir ja dann überlegen, wie wir das seitlich weiter bauen. Ja, das ist einmal das jetzt. Das heißt, da kann man sicher noch hier eine Reihe mitnehmen und hier auch noch eine Reihe. Das wollen wir es auch noch machen. Einfach nur ein bisschen weiter da drüben sind dann. Mhm. Mhm, 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 mhm. Das gleiche werden wir hier noch mal in der Reihe. Ich kann mal hier noch in der Reihe zu nehmen, direkt schon. Passt, dann schaut das ein bisschen nach. Das System was. So, dann haben wir hier das System. Da haben wir jetzt noch ein Blödsinn gemacht. Aber wurscht. Ja, das ist jetzt mal Proforma. Nur die Variante, wie ich es mir vorstellen würde. Ich warte mal kurz zu, dass es ein bisschen ausschaut nach irgendwas. So, Proforma gesehen geht es da nach hinten weiter. Jetzt muss ich mir überlegen, was ich für ein Material nehmen, weil... Na, darum geht es da, müssen wir sowieso... Oh, das müssen wir ja machen, sonst... Vergesst du das noch? So. Ich hoffe, dann hat man das auch erledigt mal. Mhm. 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 So, das sind die Einzelne, die erstmal behalten. Und jetzt sage ich danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal, was wir heißen wir spielen? Minecraft. Ganz normal ist man überhaupt. Und beim nächsten Platsch haben wir mal, dass wir die... Die Wegwerte kriegen und... Vielleicht ein bisschen abholzen gehen, dass wir ein bisschen dem Rand machen können. Danke. 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 Danke.